Verbreitet mit der neuen Auftragsreihe Spuk der Season Weihnachtsstimmung und schaltet den Granatwerfer Highangriff frei. Und damit hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um die neue Auftragsreihe Spuk der Season und wie ihr euch den Highangriff Granatwerfer oder Raketenwerfer freischalten könnt. So, kommen wir auch direkt zum Thema und zwar müsst ihr im Auftragsbeschreibungstab den Event-Tab Spuk der Season öffnen. Und da seht ihr hier schon, ja muss ich jetzt hier zum Beispiel in der ersten Mission sieben Kaffeemaschinen einsammeln. Es gibt von dieser ganzen Missionsreihe mehrere und am Ende gibt es halt als Abschlussbelohnung diesen Highangriff, ja Raketen oder Granatwerfer. Es gibt nur diesen einen Tipp hier, es gibt keine extra Welt dafür. Also ihr könnt diese Auftragsreihe oder diese Aufträge irgendwo halt in den Mission hier freischalten, zum Beispiel Steinwald. Ja, dann auf alle Fälle finde ich diesen Raketenwerfer auf alle Fälle mega nice. Ja, vor allen Dingen seit dem neuen Raketenwerfer Update finde ich sind Raketenwerfer auf alle Fälle viel effektiver geworden und man kann sie auf alle Fälle viel viel öfter, ja, vorteilhaft einsetzen. Ähm, optisch sieht dieser Raketenwerfer auch mega nice aus, vor allen Dingen mit diesem Dynamit im Mund. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt diesen freizuschalten, dann macht diese Aufträge, wenn es dazu noch Fragen oder Sachen gibt, die ich schon nicht gesagt habe, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, war es das mit dem Video, lasst gerne mal ein Abo oder gerne mal ein Like da, aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!